so hallo und herzlich willkommen zurück zu meine let's play attack on titan 2 wir machen weiter bei den aufklärungsmissionen und zwar dritte aufklärungsmission jenseits der mauer nicht wundern dass wir hier schon einen rang haben und zwar einen s rang ich habe leider gottes weg müssen deswegen habe ich die komplette aufnahme jetzt natürlich geschreddert ich nehme es jetzt nochmal neu mit euch auf natürlich damit wir das von anfang an sehen die aufklärungsmissionen auch wenn jetzt immer wieder nur das gleiche kommt ich würde es trotzdem gerne aufnehmen für leute die sich das gerne anschauen die nicht davon genug bekommen eventuell keine ahnung je nachdem auf jeden fall versuchen wir jetzt wieder natürlich einen s rang zu bekommen ich glaube auch wenn ich jetzt einen a rang krieg glaube ich wird der s rang mir nicht weggenommen so ok die map variiert das kann ich euch gleich sagen nämlich bei mir war doch gleich mal am anfang nikasa die jetzt nicht mehr da ist ja lieber erfolgt uns jetzt glaube ich auf jede aufklärung der geht mir nicht mehr von der seite so wir gehen weiter nehmen wir noch mal den hier wenn es geht danke der baum der baum der baum ok gut und runter aber wie man sieht trotzdem ein worden die neue ausrüstung schaut auch nicht so schlecht aus auch mit dir erwartet wir können ja einmal lieber verwenden ja gegen einen größeren zum beispiel ja nämlich der hat es so einen cool also so langen cool down warum sollte man ihn dann nicht verwenden aber wie gesagt bei mir war da gleich am anfang mit hasa ich da befreien habe hätte können oder helfen hätte können so ich glaube ich habe dir noch das leben gerettet zumindest hatte die fallen lassen das ist super runter mit dir perfekt so neben missionen neben missionen müssen wir machen noch geht's ach komm jetzt hast du nie wieder um den s-rang zu bekommen ich habe vier glaube ich gemacht wenn ich mir nicht ich weiß auch nicht woran das liegt wie viele man da umbringen muss damit man den s-rang bekommt für wie nennt man das vernichtungen genau danke probier es ja das war eh klar trotzdem probieren wir es noch mal ja ok jetzt hat es gereicht so wir müssen langsam einmal zu den rauchsignalen ab geht's ja 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 du greifst mal in die falsche richtung so rauf mit dir kom 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 wir müssen zu grüßter und tschüss der überlebt das respekt aber das überlebt er nicht so christa ist glaube ich jetzt bei uns ja jetzt kommen aber da gleich die nächsten rauchsignale und das werden wir uns jetzt einmal halten wir nehmen natürlich mit was geht da unten zum beispiel lasst du meinen turm bitte in ruhe dankeschön vielen vielen dank so gleich mal einhaken da 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 und runter mit der da und boom sehr gut so hinter mir sind ja auch noch welche drei stück gleich ok so nummer 1 wir haben gleich mal 20 getötet super die hälfte haben wir schon mal nummero 2 und nummero 3 ja 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 schau mich nur deppert an so somit haben wir mal alle auf der seite da ausglöscht bis auf den da unten wo das sos-signal ist na komm wie weg na gut dann machen wir halt so ja 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 eingefangener getan okay er will fliehen der ist auch da unten ach kommt jetzt burschen ja 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 wir probieren es natürlich werden wir es schaffen aber zuerst einmal ihnen schnell hier geholfen levi machen wir das auf extravagant und ganz schnell und tschüss vollständige verdichtung mission erfolgreich da bin ich glücklich so wir gehen auch gleich zu ihm würde ich sagen ab den können wir fangen das ist gut wir haben jemanden mit mit dem wir gleich fangen können super dann bleib mal da liegen ich kümmere mich mal um ihm da und runter mit dir sein super winkel von da oben ähm zu ihm komm 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 turbomania und tschüss wollte er dich gerade essen da wollte er dich gerade essen der kleine mausi bär da und tschüss okay so der bizarre titan kommt dann da vorne ich gehe noch schnell zu henji wie viele titanen haben wir denn jetzt schon vernichtet da schauen wir dann gleich nach so der gas muss für die zwei noch reichen in meinem behälterchen das ist wirklich nur ein behälterchen nämlich da ist nicht wirklich viel drinnen und es sind drei sehr gut hack dich ein das geht schon der ist eh nicht so ui okay alter wie viele kommen denn da jetzt okay gleich nochmal jawohl und was schaust du so deppert bis deppert mit den letzten bisschen was drinnen war haben wir das alles noch hier geschafft gleich mal auch das hier wechseln und da kommt gleich der nächste weg mit dem dann mache ich die combo perfekt na bitte naja bitte so dann stellen wir mal auf bergbau selbstverständlich was sonst ja es ist nur ein kleiner der interessiert mich nicht so und jetzt versuchen wir den typen zu fangen oder der da ausgebrochen ist da sind auch noch zwei drauf mit dir oh der wollte mich fangen hat aber wen anderen erwischt was ist mit dir hack dich ein habe ich gesagt danke so nummer 1 und nummer 2 kommt gleich und tschüss gleich weiter gleich weiter da komm 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 gib Gas da ist das der der geflohen ist nein oder der schaut doch anders da aus Moment ich mache mal kurz die map auf damit ich das das sehe oder haben wir den schon ich habe keine ahnung da oben ist wieder so ein SOS Symbol links oben ist er links oben alter da ist er genau da wo gefallen steht wo der strich hinführt da ist der titan den ich suche gehst du da bitte rauf von not da ist er so dich fangen wir gleich wieder und bleib bitte drinnen ja so wie viele haben wir jetzt 39 einer würde mir noch fehlen dann nehmen wir uns gleich den da und dann gehen wir zum Boss würde ich sagen ja ja lieg nur in der Sonne ich zerschneide dich einstweilen ja so dann hack dich mal ein von not und runter mit dir ja perfekt hast du gut gemacht warum wirst du auch nicht ausgelacht so ah da kann ich den Turm hinstellen papapapam das machen wir auch und zwar Bergbau sehr gut und gleich runter zum Boss würde ich sagen 40 glaube ich reichen dafür habe ich ein S rankriegt was ich weiß jetzt müssen wir es halt schauen dass wir es schnell zu Ende bringen da ist er auch schon ein bizarrer weiblicher titan anscheinend der viel schreien der wirklich sehr sehr viel schreit aktisch ein sehr gut aktisch ein und wir haben ihn so geht schon lieber Nummer 1 und Nummer 2 schicken wir da gleich hinterher schicken wir da schicken wir da es hat schon gereicht sehr gut so ich hoffe wir haben den S-Rang trotz all dem Sieg du gewinnst sehr gut so und jawohl wir haben den S-Rang und wir sind Stufe 75 super ich bin gespannt was die Höchststufe ist ja da steigt es ein bisschen halt an zwei haben wir gefangen das ist super auf geht's in den nächsten Ladebildchen noch nicht bereich bin gespannt wie lang der Part dauern wird es sind viele Stationen die mir da aufgezeigt worden sind am Anfang naja lassen wir uns überraschen so gehen wir gleich mal hin ja ja da ist er so bitte ja ich würde gerne in den nächsten Ladebildschirm falls das in Ordnung wäre Dankeschön das ist sehr sehr lieb von euch er kann ruhig auch ein bisschen länger dauern ich habe eh nicht so viel zum tun kann auch währenddessen kochen oder irgendwas keine Ahnung ok irgendwann reicht's ah ich freue mich schon auf die Fünfer ab geht's so wir gehen zuerst nach rechts das erste mal dass wir nach rechts gehen glaube ich ab geht's und tschüss ja 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 ich gehe ja eh schon hin ich bin ja eh schon dort rauf mit dir nur Armin bringt sich nicht sehr viel da gibt man ja nur den Boost so aber ist ja wurscht so den machst du lieber erhalten 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 urgeil nur viele Gegenstände die wir da halten so ich schon ich schon Sensei na noch nicht da steht noch einer Und runter mit dir Ich weiß deine Hilfe zu schätzen Jo Alles gut So, dann helfen wir gleich mal ihr da Gehen wir da gleich komplett durch, jawohl Nämlich mit ihr können wir dann auch fangen Das wird dann noch eher mehr ein Kinderspiel Levi dauert halt ziemlich lang Wie sie sich halt... Ja, komm jetzt Bleib einfach stehen, danke Levi braucht halt ein bisschen länger Damit er sich da wieder runter regeneriert Keine Ahnung, Cooldown halt mäßig Ihr wisst, was ich meine Der ist jetzt auch weg, super So, dann holen wir uns gleich hin da Den können wir von irgendwo, glaube ich, angreifen Der hat eh keine Lebensenergie mehr Vollständige Vernichtung Ein bisschen schneller, da vorne braucht unser Freund Hilfe Ein bisschen müsst ihr auch selber auf euch schauen Perfekt Hätte ich mir nicht gedacht, aber ja So, wir gehen gleich weiter zu ihr Wenn du da bist, dann wird das auch noch mehr Ich kann mich nirgends noch fest krallen Mit meinen Haken, aber das geht Au, das erste Mal, dass es nicht geklappt hat Eigentlich passt da der Winkel Ui, das ist gleich zweimal hintereinander Aber jetzt dafür Sehr gut Und den rechten habe ich auch gleich erwischt Ein bisschen, schaut's Die Lebensenergie ist schon unten So, mit dir können wir jetzt fangen Na, dann fangen wir mal Na, bleib drinnen, danke So, dann gehen wir gleich weiter zu ihr da Machen wir zuerst die Nebenmissionen da Und die nehmen wir gleich mal mit Ich weiß nicht, wie viele ich da töten muss Das ist jetzt das erste Mal, dass ich da bin Rauf, rauf, rauf Und geht schon Ah, ich habe keine Ding mehr Schick mal wen So, geht's mal auf ihn los, bitte Danke Okay, der ist noch immer böse auf mich Aber okay, jetzt ist er weg So, gleich mal auch das hier wechseln Und da sind auch schon die gleich die Nächsten Wartet Ich baue da schnell noch ein Türmchen hin Und wir können schon loslegen Ab geht's Vier Titanen gegen mich Drei Titanen gegen mich Ja, perfekt, bleib so Danke Dreh dich, dreh dich, dreh dich Rauf, rauf, rauf Ja, ja Schau nur, deppert den Baum an So, ich glaube, das war's, oder? Ja, ich komme gleich Ich bin gleich da Ich bin, ich bin gleich bei dir Ich weiß Du bist schon ziemlich an der Grenze So, aber jetzt Team beigetreten Ah, okay Hat man sich jetzt da gerade befreit Team beigetreten So haben wir aber nicht gewettet Mein junger Freund Gut gemacht So, wartet jetzt einmal Wir drücken ganz kurz auf Pause Wir haben 23 Auf 40 würde ich schon gern kommen Auf gut Deutsch gesagt Auf gut Deutsch gesagt Ab geht's Ich bin mir nämlich nicht sicher Ah, Dankeschön Haha Das war der Falsche Ja, ja, ja So, dann holen wir uns die da Das sind ja Unmengen da Kannst du Okay, dann schick mal Levi Ach, gegen den Kleinen Hab ich ihn jetzt geschickt Ernsthaft? Na, okay Hab ich den Linken jetzt auch erwischt? Ah, das könnte schon möglich sein Na, geht doch 30 Ziele haben wir Ich glaub, das reicht sogar, oder? Nämlich so viele Titanen sind da gar nicht Auf der Map Nehmen wir uns noch ein paar mit Ja, 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 ja Gewegt da Hab ich den Hinteren auch erwischt? Ah, nicht ganz Hab so ausgeschaut Ach, komm jetzt So Dann wechsel mal bitte Oh, ich kann wen anwerben Ja, ich kann mich nicht Wirklich einhaken Jetzt Ah, perfekt Einhaken Rauf, rauf, rauf Und runter Einhaken Das dauert mal zu lang Von Not Perfekt Fangen wir mal Ich glaub, es wird aber nicht gehen, oder? Nein Ich glaub, bei denen Muss man alles abschlagen Kannst du bitte raufgehen Von Not Danke Damit man die fangen kann Kann das möglich sein? Hab ich das schon mal probiert? Es ist schon länger her, dass ich wieder gespielt hab, wisst's Und runter Na, geht doch Einer ist schon mal weg Trink mal was So So, du kommst auch gleich mal weg Dann tun wir mal das Gas wechseln Alles ist gut Zu dir komm ich gleich Zuerst bauen wir mal das hier hin Und jetzt geht's ab Nehmen wir den noch mit? Was ist mit dir, Einer? Neva ist auch bereit Das ist super Ab geht's Einhaken, komm Super Liebe Das war jetzt ein bisschen ein Kram für mich Das hat man jetzt, glaub ich, auch mitkriegt So, auf jeden Fall liegt sie Ich kann mich nicht einhaken Jetzt da Rauf mit dir Einmal noch Super Gleich mal wechseln Ja, flieg noch auf mich drauf Hast du eh recht Trink mal was, bitte Danke So, was machst du da? Schaust du den Boden an? Hast deine Kontaktlinsen verloren, oder was? Ab geht's Rüber da Zum letzten Boss Wartet's 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 Wir haben ja genug von diesen Punkten Ah, stellen wir mal den hier auf Vielleicht bringt sich das was Ah, der ist da um die Ecke Na, Alter Und der kriecht am Boden Schatz, wie ein Vollidiot Kriecht am Boden herum Alter, wie ich das hasse Moment Holen wir uns Hilfe Oh, das hat sogar gereicht Sehr gut Rauf mit dir gleich Komm, 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 komm Funnot Sehr gut Levi war jetzt geil Komm, komm, komm Wo ist er? Da ist dein Roter Ah, dein Wunderpunkt Dein roter Dein grüner Punkten Ah, sehr gut Das hat auch schon wieder gereicht Rauf mit dir, Funnot Sehr gut So, ich hoffe, das ist ein S-Rang Also ich hoffe's, wirklich Ein bisschen unübersichtlich Viele Nebenmissionen Sieg Du gewinnst Und? Es hat tatsächlich gereicht Super Da steigt's So, wir können Levi wieder auf Eine Stufe höher machen Das ist super Dann ist er auch auf 6 Super So, und gleich ins Nächste Geschehen Na, zuerst der Ladebildschirm Natürlich Um Gottes Willen Den hätte ich jetzt beinahe vergessen Wie konnte ich nur? Um Gottes Willen Ja, 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 ja Das ist alles super Ja, ich möchte gerne In den nächsten Ladebildschirm Dort reite ich natürlich Mit meinem Pferd hin Le Pferd Na komm Danke So Rechts, links kommen gleich einmal Die Bosse Genauso wie oben Das heißt, wir gehen einmal In die Mitte, oder? Holen wir mal uns Armin Nein, wir gehen einmal in die Mitte Ich glaub, wir müssen da irgendwen eskortieren, oder? Da ist schon wieder so ein Schild auf der Map So Uh, 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 whoa, wo, 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 wo Okay Alter Was geht denn ab? Dreimal? Ist das euer fucking Ernst? Okay Aber nicht alle, oder? Alter, was geht Seid ihr jetzt so intelligent, dass ihr sogar schon da so ausweichen könnt? Alter, mach den weg. Okay, somit haben wir den jetzt da. So, das ist nur ein kleiner. Aber sie bewegen sich auch schneller. So, einmal weg. Gleich auf ihn da. So, Alter, Wahnsinn. Weg mit ihm. Danke. Komm, 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 rauf mit dir. Das sind viele. Und sie halten urviel aus. Rauf mit dir, komm, komm. Perfekt. So, dann gleich auf ihn da. Na, jetzt steht er wieder so geschissen da. Aber trotzdem erwische ich ihn. So, die in der Mitte, glaube ich, haben wir mal alle weg. So, wie schaut's denn da aus? Armin, bei dir schaut's am besten aus. Oder besser. Das heißt, wir gehen mal zu ihm da nach hinten. Komm, 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 komm. Haut das Gas raus, was geht. Wir können da hinten eh einen Turm aufstellen. Gene. Genau, Gene heißt er. So, das war's mit meinem Tank. Wechselt das bitte. Dankeschön. Achso, wir müssen ihn eskortieren. Ernsthaft. Alter Falter. Alter, wirklich. Ich hab mir gedacht, ich krieg ihn in mein Team. Aber nein. Wie soll es noch anders sein? Gott sei Dank habe ich da hinten den Turm hingestellt, der ein bisschen drauf ballert. Jetzt muss ich nämlich anders denken. Attacke. Bleib so. Ah, nein. Okay. Ich hab mir gedacht, dass der Winkel hätte sogar so passt. Aber macht er nix. Jetzt hat's passt. Rauf mit dir. Na, komm, rauf mit dir. Das schmeckt er unglaublich. Unglaublich. Geht er. So, bist du im Zielgebiet? Ich möchte nämlich zu Armin gehen. Das wär super. Da hinten sind urviele. Aber da kommen wir eh erst hin. Da kommen wir erst später hin. So. Mein Pferd da irgendwo. Team beigetreten. Okay. Pferd. Wo ist mein... Was war das jetzt? War das mein Pferd? Ich weiß es nicht. So. Ihr kämpft da auch gegen irgendjemanden. Okay. Ich helfe euch mal. Ich helfe euch mal. Ja, ja. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich bin nicht. Einer will wegrennen. Okay. Okay. Der hat das überlebt. Fuck. Hack dich ein. Komm, 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 komm. Ja, 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 spring nur herum wie ein Frosch Das wird dir nicht viel helfen Sehr gut Alter, ich muss rüber zu... Nein, ich muss rüber Tut mir leid, ich muss rüber zu ihm Pferd Pferd Währenddessen tun wir wechseln Und zwar beides Komm, 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 komm 200 Meter Bin schon da Bin schon da Ich bin, ich bin ja schon da So, wo willst du hin? Auch da rein Okay, ihr wollt alle da in die Mitte Gut Einfach nur um Truppen zu sammeln, nehme ich einmal an So, uiuiuiui Dann stellen wir da mal ein Türmchen noch hin Zack Ja, 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 ja Danke, dass du mir das zeigst Jeder ist sich selbst der Nächste, sage ich nur Trotzdem habe ich den Turm da aufgestellt So, jetzt da Helfe ich dir natürlich Fuck Okay, haben wir gleich mal beide Das ist gut Na, komm, geh in dein komisches Zielgebiet Da Fuck Dass ich da nicht genug Schaden mache Das ist unglaublich So, bist du jetzt endlich da? Gut So, den Typen, der da flieht Den müssen wir ja auch noch holen Fährt So, gefallen, gefallen Ja, das Ist schön und gut Ich habe trotzdem da meine Aufgabe Da drüben etwas zu machen Ich bin hier Und helfe euch So, schnipp, schnapp Einmal der Arm ab Nein, 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 nein Ah Ich wollte ihn fangen Aber macht nichts Was, mein Truppführer wurde getötet? Zwei sind noch am Leben Was soll denn das heißen? Aufklärer nehmen Das ist gut Ich muss meine Klinge wechseln Alter, Rauchsignale Überall Lasst sie bitte Meine Türme in Ruhe Okay Okay, da war irgendeiner schneller So, da war ich jetzt aber schneller Und bei dem bin ich auch schneller, oder? Hallo, bitte einhaken Dankeschön So, ich glaube die Mitte ist wieder gecleared Es kommen ja eh immer wieder welche Ich reite mal schnell rüber dazu hier Wie viele Titanen haben wir denn vernichtet? 23 bis jetzt 23 Das ist halt die Frage Unglaublich Org Was die aushalten Schaut euch das an Ich muss wirklich Dreimal mit Anlauf Mit Schwung Mit Beschleunigung Muss ich da reinkrachen In die Jetzt hat ein Gasausstoß Bis zum Gehen Nimmer mehr So, mein Gas ist leer Bleib so Danke Hack dich ein Das reicht Super Okay, wenigstens was Ja, 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 ja Wir gehen jetzt da gleich mal da runter Zum Boss Würde ich einmal sagen Alter, was geht denn ab? Alter, was Was ist das für eine Eine Mission? Auf geht's zu Mikasa Natürlich Sie hat auf jeden Fall Vorrang Die stehen ja eh noch Deppert da Und machen nix So, war schön mit dir Komm, 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 komm Turbo hier Mach keinen Schaden gegen dir Unglaublich Armin, bitte Geh, komm, 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 komm Du, komm, 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 komm Du, komm, 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 komm Du, komm, 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 komm Nicht einmal die KI Mach da Schaden Und, ist der jetzt weg? Und, ist der jetzt weg? Ja, okay Wenigstens was So, ist sie jetzt schon bei mir? Oder geht sie in die Mitte? Es kann auch sein, dass sie in die Mitte geht Es kann auch sein, dass sie in die Mitte geht Es kann auch sein, dass sie in die Mitte geht Ich kann jederzeit loslegen Ja, dann mach das mal Ich kann jederzeit loslegen Na gut Rauf mit dir Und runter Und boom Jawohl Okay, gut Das war mal gut Das war auch nicht so schlecht Ja, sehr gut Wenigstens ist er gleich weg Beim dritten Mal Und rauf mit dir gleich wieder Wie er sich mitdreht, dieser Rauf mit dir Komm Ah, meine Klinge sind hin Ah Na geht doch So Wir gehen jetzt aber nicht in die Mitte Nein, 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 nein Ich gehe jetzt nicht in die Mitte Sondern ich gehe gleich zum Dem Boss, der da hinten anscheinend kommen sollte Und bau da hinten auch gleich einen Turm auf Ja, gefallen Ja, sie sterben alle Willkommen bei Game of Thrones In einem Anime-Stil So, ab geht's So, Levi Dann gleich du Er hat noch immer nicht ausgereicht Na, Armin halt noch Schaut, wie viel ich abgezogen habe Bei ihm Ich weiß nicht mal, wo ich bin Jetzt Ja, meine Truppführer werden alle getötet Da anscheinend Das ist eine schreckliche Mission Was ist das für ein Dreck Wie viele Nebenmissionen da kommen Okay Okay, Armin Hack dich ein Komm, 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 komm Hack dich ein Komm, 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 komm Das war nix Alter, wirklich Danke Irgendwer hat das gemacht Von meiner KI So, da haben wir gleich mal zwei gekriegt Das ist super So, wir gehen einfach zum nächsten Kandidaten Würde ich sagen Das ist auf jeden Fall kein S-Rang Also wenn das ein S-Rang wird Dann Ja Wieso Ja, okay, gut Da hinten ist die ganze Zeit Armin geblinkt Warum auch immer Wollte er ja bei mir eigentlich sein Sollte er in meinem Team Sollte er eigentlich hinter mir sein Aber wurscht So, kann ich da oben Ist das da oben noch Ja, das ist gut Hallo Wenn's gerne an mir vorbei Na gut, dann pfeif auf den Turm Hallo Hier bin ich Und hin Perfekt Ah, sehr gut Komm, Levi Danke Perfekten Timing ist er kommen Und wie viel Damage haben wir gemacht Nicht viel Das ist ja lächerlich Das ist absolut lächerlich So, schnetzelt ihn Ich bin der Einzige, der da wirklich noch Schaden macht So Auf jeden Fall einmal der weg So, hack dich da ein gleich Wir machen gleich voll offensiv weiter Natürlich Das andere Bein ist es Danke Und rum Ah, komm Hack dich ein Nicht Ah, da oben Genau hier Ach komm Jetzt tu das immer wieder wechseln da So Andere Seite Ah Dazu sage ich gar nichts Ah, okay, gut Ich spawne gleich hier Wenigstens was Ab geht's Aber ich mache auch keinen Schaden Nicht einmal Nicht einmal meine KI macht Schaden Schaut euch das an, was er an Schaden macht Und er hat einen S-Plus-Rang Er hat einen B-Rang Okay, gut, ja, B Darüber lasst man sich Kann man jetzt diskutieren, natürlich Aber, ja Ah, ich habe ihn noch einmal erwischt Wenigstens Ich habe kein Gas schon wieder Aber er ist eh gleich wieder im roten Bereich Jetzt Sehr gut Komm Hack dich ein Einmal noch Komm, komm Okay Somit haben wir mal das Kannst du Wo ist da Ein Turm Da vorne Nein, das wollte ich nicht Wurscht Ist ja auch gut zu haben Wechsel das gleich einmal So Wir gehen Ich habe keine Ahnung Es ist schwer Ah, bitte Ah, bitte Ah, ja, genau Der läuft ja da in die Mitte zu, gell Der weibliche Titan da Der mich jetzt Getötet hat Leider Wir stellen hier mal auf Vielleicht ballert er auf ihn Nein, den wollte ich nicht Aber warten wir mal Der kommt da eh runter, oder Der weibliche Titan Oh, na, bitte Na, jetzt kriege ich gar nichts mehr auf die Reihe Gott sei Dank Gott sei Dank Habe ich wenigstens meine Tür Da hingestellt So, da kommt er Hinter mir sollte er irgendwo sein Da vorne, okay Mal Schnecklingen wechseln Alter Was ist denn das Ab geht's Das ist jetzt dein Ernst Ich weiß nicht was mit ihm ist Er greift nicht an Er lockt sich nicht ein So, jetzt haben wir sie mal in den roten Bereich gebracht Wenigstens was kommt So, und gleich lieber hinterher Und gleich Jin auch hinterher Besser als nix Besser als nix Macht nicht den Schaden, den ich mir ehrlich gesagt erhoffe Aber ja Und gleich wieder rauf Ruf mal Armin, bitte Ruf mal Rufen Und geht's auf sie los Jawohl, okay Wir haben sie Sehr, sehr gut Wechseln Wechseln von Nott Fährt Ich hol mir den letzten da jetzt Mal schauen, was das für ein Rang wird Ich schätze mal ein D Mikasa kämpft da eh schon So, wir machen uns eine Hilfe Dankeschön Nein, auf den Kopf bitte Danke Unglaublich Unglaublich Schnell noch den Nimm den Cooldown Und wie viel? Nicht allzu viel Okay, komm Komm, komm Komm in deinen grünen Modus Unten am Bein Ab geht's Oben Am Arm Ab geht's Sehr gut Unten am Bein Nochmal Oben Jawohl So, reicht das schon? Ja, habt sogar Dann einmal von mir Und gleich lieber hinterher Und mach's gut Sieg Du gewinnst Aber nicht mit einem S-Rang Haha, Vernichtungen Von der Zeit her Hätt's sogar gepasst Zwei Vernichtungen mehr Und ich hätte wahrscheinlich Ein S bekommen Wurscht Das mach ich dann selber Ich hätte mir gedacht Von der Zeit her Und dass ich einmal Gestorben bin Und sowas Das wird niemals ein S Aber dass mir Zwei Zwei Vernichtungen Gefehlen haben Aber ja, gut Wurscht Es gibt Weitaus Schlimmeres Das hole ich mir Dann selber So Bitte bring mich In den nächsten Ladebildschirm Bitte Bitte, bitte, bitte So Ich hoffe Die nächste Mission Wird jetzt ein bisschen Einfacher für mich Nur ein bisschen Was die gefressen haben Und meine KI Wirklich Nichts haben sie An Schaden gemacht Nichts Obwohl ich so gut Mit ihnen befreundet bin So Wir gehen zuerst mal Nach links Da stehen nämlich Ein Haufen Alter, ich hasse diese Wirklich Ich hasse sie Überall Bäume Wo ich mich nicht Einhaken kann Überall Schluchten Wo ich Mich nicht draufhange Schaut schon wieder Ein Baum Also ich mag ja Wirklich Bäume Aber in den Spielen Boah Boah Wo ist sie Nein Nein Da schicke ich jetzt Lieber Da lasse ich mich jetzt Nicht ärgern Genau wenn ich auf ihn Aber ich weiß Aber ich weiß nicht Aber ich weiß nicht Aber ich weiß nicht Okay Sie sind wenigstens Also die meisten Kannst du dich bitte einhaken Und runter Danke Ja die Bäume sind halt im Weg Die Bäume sind urschlimm Diese Äste Die da herum Hängen Wo ich nicht Durch kann Weil das Seil Dann Ich glaube ihr versteht Was ich meine Oder Aber es funktioniert So Es funktioniert trotzdem Irgendwie Wechsel Und weiter zu Mikasa Da schaut's Zum Beispiel jetzt Da kann ich Kann ich nicht drauf gehen Zum Beispiel Wegen dem scheiß Baumstumpf da So aber jetzt Gut So okay gut Wir gehen zuerst Zu Armin Obwohl Mikasa Gleich in der Nähe ist So Ab geht's Kannst du dich jetzt Bitte einhaken Danke Und auf geht's Zu Armin Bitte einhaken Bitte einhaken Bitte einhaken Wenn du dich noch Kriegst du dich noch Dann gehst du dich noch Geh Perfekt Perfekt Aber was Wie schicken wir Unsere Elite Wir sind jetzt Zu zu weit weg Viel zu weit weg Dann teleportieren wir uns einfach hin Und Mikasa Ist das super Super Leibernde dran Wenn man einen S Soldaten mit hat Der dann Gegen den Boss Ich weiß nicht Einen Zentimeter Abnimmt Und ich nehme Wesentlich mehr Ab Ja Jeder ist sich Selbst der Nächste Kann ja nicht Alle für euch Da sein Das ist ja Nicht normal Statist Nummer 300 Irgendetwas Rauchsignale Ja Lauter Rauchsignale Da Bitte hilf mir Fanat Ich mag dich aber nicht Ab geht's Die Kaserne putzen Und was weiß ich nicht Was ich alles machen Hat müssen In das Spiel So Dann gib mir mal Den Buff So Dann stell mal Hier bitte Ein Türmchen auf Was ein bisschen Ballert Kannst du dich Bitte einhaken Ja Jetzt ist wieder Der Baum Im Weg Ja Wahnsinn So Wartet Ich komme mal Runter Da zu euch Ja Ja Du bist Armin Fressen Bist aber Nicht glücklich An denen Ist fast Nichts dran Ah Conny Braucht Unbedingt Hilfe Ja Da sind Viele Der Winkel Der Winkel Haut schon Manchmal Hin Von da Oben Kannst du bitte Kannst du bitte Danke So Wie viele habe ich jetzt Troffen Den einen habe ich den Arm Abgeschlagen Den einen habe ich getötet Schon wieder einen Arm Abgeschlagen Den einen habe ich wieder getötet Schaut Wie er da steht Wo ist mein Arm Du sind Ich habe Wenn du dich umgekehrt hast, dann gehst du schnell weg. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Gut! Wir gehen! Ich bitte dich! Du gibst mir die Hand! 35. Ja, schauen wir, dass wir es auf 40 kriegen, oder? Und gehen wir ins Zweifel zu den Bossen. Okay, ich muss wechseln. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir, Tiger. Und bumm. Sehr gut. Und dann gleich Klinge auch gleich wechseln, na? Na, Armin. Schicken wir mal einen Buff. Ab geht's. Ah, der Buff ist nicht so schlecht, muss ich sagen. So, wir gehen rauf zu den Bossen. Ich glaube, wir haben 40, oder? Warte jetzt mal, was habe ich gesagt? Nein, einer fehlt mir noch. Aber da oben ist noch einer. Da, links. Den holen wir uns noch. Ah, ist nur ganz ein kleiner. Besser war als nix, ne? So, Boss. Da ist er schon. Zwei Stück. Ab geht's. Ja, natürlich. Wegen dem Baum. So, dann geh mal. Mikasa. Das ist sogar ein One-Hit-Nein, oder? Oh, das könnte schon sein. Jawohl. Respekt. Respekt. So, äh, wo ist der andere? Da vorn? Ah, Moment. Da ist schon wieder so einer, der am Boden herumgerührt. Ah, ist schon im roten Bereich. Das ist super. So, und schnippelt dich schnapp. Mach mal die Hände davon ihm ab. Perfekt. Somit kann er überhaupt nix mehr machen. Oh ja. Er hat die Hände noch dran. Immer schön drauf. Immer schön drauf. Super. Der Arm ist ab. Einmal noch. Dann haben wir's. Jawohl. Okay. Alle großen Abnahmen wurden vernichtet. Sollte eigentlich passen, oder? Eskorte von Aufklärer und Co. abgeschlossen. Okay. Sieg. Du gewinnst. Und? War auch ein nice Rang. Sehr gut. Nehme ich doch sehr gerne mit. Die eine Vision, die mache ich dann selber nochmal. Wo wir die zwei gefehlt haben. Die zwei. So. Ich schätze mal, dass es noch weiter geht, oder? Wir haben jetzt da zwar schon eine Stunde, aber ich glaube, es geht noch weiter. Wir werden gleich mehr wissen. Ja. Die ist ganz, ganz lang, ist die? Ja, ich würde gerne in den nächsten Ladebildschirm. Ja. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Cool. Wie er auf dem Pferd reitet. Und die Hintergrund, die ganzen Bauern. Ja. Cool. Kann ich bitte in der Stadt spielen? Und nicht draußen im Dschungel, wo die ganzen Bäume sind? Ah, ich mag die Map wirklich nicht. So viele schlechte Erinnerungen. Viel zu viele schlechte Erinnerungen. Komm jetzt. Danke. So. Wir kümmern uns einmal um die da vorne. Die Map geht ja auch noch. Kann man ja nichts sagen. Und Levi, bitte. Der steht nämlich so schlecht da. Ah, nein. Da schickt mich doch lieber die KI hin. Bevor ich mich da ärgere. Okay, okay. Die tun davor stoßen, oder was? Wenn ich das so richtig sehe. Mikasa können wir uns holen. Sehr geil. Mikasa holen wir uns natürlich. Ab geht's. Bleib so. Jawohl. Perfekt. Und wir haben beide erwischt. Geil. So lang sind meine Klingeln. Ernsthaft. Ehrlich. Ernsthaft. So. Der liegt da nur. Dann fangen wir ihn gleich. Dann kann er bei uns in der Basis auch chillen. Du wirst das nicht so schön für ihr arm. Da wird er aufgeschnitten. Nehmen wir einmal ja auch. Was auch immer sie mit ihm macht. Ab geht's. Ja, ja, ich bin ja schon da. Bin ja. Bin ja schon da. So. Sollte er eigentlich passen, oder? Ah, wir machen den hier. Heidno. Danke. Mikasa. Vollständige fand ich. Sowas lese ich gerne. So, Moment. Ja, ja, ja. Du. Du. Ja, bist doch auf meiner Listen. Perfekt. Ah, Eren könnten wir uns auch holen. Ja, okay, gut. Eren. Ich mag das nicht, dass ich das steuere. Ich mag das nicht. Ja, 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 ja. Pferd? Hab ich ein Pferd? Ja. Pferd. Pferd. Ah, schau dich einmal an. Von Himmel ist er runtergefallen, oder? Wartet, ich helfe euch mal. Die müssen wir ja beschützen, oder? Ja. Und Team B kann das natürlich nicht festhalten hier. Da muss schon Team, da muss schon Team S ran. So, ich glaube, dass... Nein, da kommt gleich der Nächste, oder was? Kommt da jedes Mal so ein Ansturm jetzt da? Ich probiere es einmal. Dass ich jetzt auf ihn mal gehe. So, kommt jetzt Noana. Okay, das sind sogar zwei Pfeile. Okay, 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 okay. Das sind jetzt drei Pfeile. Alter, mein Gas ist leer. Aber da links kann ich gleich rüberspringen. Das sehe ich. Da kann ich rüber. Bewege dich. Und... Ja, fast. Ah, der funktioniert. Sehr gut. Rauf mit dir. Rauf mit dir. Perfekt. Und... Durch den Baum durch. Jawohl, super. Das ist das erste Mal, dass das funktioniert hat. Zumindest das, was ich halt so mitkriegt habe. Jawohl, sehr gut. So, komm, komm, komm. Rauf da zu ehren, sonst kribiert er. Und dann haben wir keine S-Rang. Und das wollen wir ja nicht. Zumindest nicht in Nebenmissionen, ha? Rauf mit dir. Komm, rauf mit dir, Fandot. Ja, perfekt. So, ich glaube, das war es auch schon. Dann gehen wir zu Gene als nächstes. Ich glaube, es ist Gene. Ah, den fangen wir einfach. Die Musik. Bleib so. Bleib so. Jawohl. Kannst du dich bitte umdrehen? Ein bisschen mehr. Danke. Ah, bleib so. Ah, der Deppert, der Baum. Entschuldige. Und jetzt. Jawohl, okay. Wenigstens hat es funktioniert. So, wir müssen zu Gene. Unbedingt. Wo ist Gene? Haben wir ihn jetzt schon? Ah ja, okay. Wir haben ihn schon. Vielen Dank, sagt er gerade. So, Armin ist auf jeden Fall der Nächste. Wir wechseln einmal alles. Ich bin gleich bei dir, Armin. Gib mir noch einen Augenblick. Rauf mit dir. Okay, Moment. Ich schicke jetzt einmal beide S-Soldaten los. Ich weiß nicht, welchen ich anvisiert habe. Ich erkenne es nicht. Und da gleich. Ah, viel, was wir da halten. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Nice in Stein. Ab geht's. So, Armin haben wir jetzt da auch geholfen. Wie viele haben wir? 28. Ich glaube, das sind zu wenig, oder? Wir sind nämlich... Okay, gut. Wir triggern langsam einmal die Gegner, würde ich sagen. Also die Bosse. Nicht die Gegner, sondern die Bosse triggern wir. Hier mal ganz kurz eine Basis hingestellt. Bam! Sehr gut. Dann da oben gleich noch eine Basis. Jetzt sind wir mit dem Gas auch voll. Ah, bitte, Pferd. Da soll es stehen bleiben. Danke. So, und die holen wir uns jetzt da. Das ist eh wurscht, von wo ich den angreife. Der ist eh hier. Nein, warum drehst du dich? So. So, 30 Ziele haben wir. Wir triggern hier jetzt einmal den Boss. Der deppert am Boden herum. Guck, das gibt's ja nicht. Der Baum schon wieder. Komm, 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 komm. Ah, schade. Hack dich ein und runter mit dir. Ah, bitte. Hack dich ein und runter mit dir. Danke. Okay. So, den großen haben wir. Den kleinen haben wir auch. So, den da hinten holen wir uns auch gleich. Mein Gas ist leer. So, da schickt man ein S-Soldate. Ein S-Soldaten hin. Oder, nein, den fangen wir. Da hebe ich mal die S-Soldaten auf. Für die Bosse. Ab geht's. Okay. Hier geht's weiter. Die Bosse sind in der Mitte. Sehe ich gerade. Jawohl. Der hat mich nicht wirklich kommen sehen. Da haben wir einen Clan. Aber der interessiert mich nicht. Oh, der Baum war aber eigentlich nicht im Weg. Respekt. Lock dich ein. Und bumm. Perfekt. So, hinter mir. Der kleine. Der mich genau nix interessiert. Komm, komm, komm. Das muss viel schneller gehen. Perfekt. Okay. Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir in die Mitte, oder? Die fallen alle da schon. Okay. Bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Was ist das? Ich werde mich verletzen. viel wert ok der gepanzerte ist schon geschwächt ab geht's lieber zuerst und vergleich mit asa hinterher bahn 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 geht's mit dir du stehler noch voll idiot viele muskeln aber nichts im hirn jawohl sagt sogar greift super so jetzt bin ich gespannt auf meinen rang sieg du gewinnst und ja jawohl sehr gut ich muss es nicht noch mal machen ausgezeichnet so drei titanen haben angefangen das reicht ja auch vollkommen und wir sind fertig gott sei dank so dann schauen wir mal was die nächste aufklärungsmission kann wie viele sterne die hat und papipapo hin und her ja ja gute arbeit aber werde jetzt nicht voll ja ja alles gut ah ja genau das machen wir auch gleich mit euch dass wir ihn ein level da steigen lassen oh da kommt eine kleine geschichte viel spaß beim lesen so Ja, das stimmt. Ich habe noch einen anderen Weg gemacht. Ich bin jetzt in der Stadt. Es ist nicht so gut. Das war's für mich. Das ist ein von einem Bein. Das stimmt. Das stimmt. Du hast diese Aufgabe gegeben. Das ist ein Zeug, und ein Zeug. Das ist ein Zeug. Aber das ist nicht nur das, dass die Heiligen Gehirn gebetet haben, dass das Gehirn ist. Das ist ein Zeug. Ich bin der Fall, der sich nicht so gut verletzt, aber es ist das, was die Menschen geblieben zu sein. Ich bin der Fall, um sie zu tun, um sie zu tun. Aber ich glaube, dass ihr, Elvin und ihr, das zu erzählen, dass sie es zu erzählen. Wir haben eine neue Fertigkeit gelernt. Wirbelwind oder sowas. Moment. Fertigkeiten. Da, Wirbelhieb. Entschuldigung. Beschleunigt und führe dann einen mächtigen Wirbelangriff aus. Der kostet sieben Punkte. Ja, den könnte ich eigentlich gleich nehmen. Aber ich würde eher mehr da so auf Führung zum Beispiel gehen. Erhöht die Führung gewaltig. Und 5 Punkte. Das ist super. Das ist ja nix. So, jetzt haben wir noch 4, 5, 6 Punkte haben wir jetzt noch frei. 2, 12, 8, 8, 5, Reiz. Erhöht die Wahrscheinlichkeit von Titanen? Nein, das will ich eh nicht. Auf alles vorbereitet. Erhöht die Anzahl der Gegenstände, die in den Kampf mitgenommen werden können. Ja, das wäre auch nicht schlecht. 3, Flieger der Erste Hilfe. Verwendet Stärkungsmittel sogar in der Luft. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Das würde ich gerne ausrüsten. Sturmsprint. Führe mehrere Schubsprints hintereinander aus. Ja, das könnte uns helfen. So, und 3 Punkte habe ich jetzt noch. Dann gebe ich den Schatzsucher noch rein. Bei einer Vernichtung von Titanen mit Hakenstößen erhältst du ein Material. Warum auch nicht? Jetzt sind wir mal voll mit dem. Ja, ich habe gesagt, dass ich halt mehr auf diese hohen Punkte da setze. 15 zum Beispiel oder 8. Das wäre nicht schlecht. Aber ja, auch Kleinvieh macht Mist. Okay, auf jeden Fall sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Die Herzen mache ich jetzt da wieder mal alleine. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufklärungsmission. Moment, ich schaue mal nach. Ja, ja, ja. Oh, da sind gleich 3 dazukommen. Sei tapfer. Wie viele Sterne hat das? Nur 5, okay. Das hat nur 4, okay. Und das hat wieder 6. Ich würde aber vorschlagen, ich mache das jetzt nochmal da alleine. Da gehe ich jetzt alleine hin und mache das nochmal auf S. Mach dann die Herzen und dann sehen wir uns. Oder besser gesagt, wir hören uns dann wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's alles gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler. Vielen Dank.